Herzlich willkommen bei Shell, einem der weltweit führenden Mineralunternehmen mit rund weltweit 46.000 Tankstellen. An diesen 46.000 Tankstellen bedienen wir mehr als 25 Millionen Kunden täglich. In Deutschland ist Shell auch in einer marktführenden Position im Tankstellenbereich mit rund 2.200 Tankstellen und etwa 2 Millionen Kunden. Wir sind hier an der Amsingstraße in Hamburg, eine überdurchschnittlich große Station. Wir machen uns seit längerer Zeit Gedanken, wie wir das ganze Bargeldhandling effizienter und auch sicherer machen können, sowohl für Mitarbeiter als auch die Tankstellen und Pächter. Wir sind da in der Zusammenarbeit mit Winko Nixdorf auf die Lösung eines Cash Recyclers, des iCash 50 gestoßen, was wir voll in unser Kassensystem integriert haben und letztlich die Kassenschublade damit ersetzen. Unsere Mitarbeiter haben keine Kassendifferenzen durch das neue Kassensystem und die ganze Schichtwechsel gehen wesentlich zügiger, weil man nicht zählen muss. Von andererseits können sie auch aktiv verkaufen während des Kassierens, weil sie gar nicht konzentrieren müssen, was habe ich angenommen, was gebe ich raus. Und das rechnet alles Kasse selbst. Sicherheit ist für die Shell ein wesentlicher Unternehmensgrundsatz. Wir erhoffen uns durch den Einsatz des iCash-Systems daher eine deutliche Reduzierung der Tankstellenraubüberfallzahlen, weil die für den Täter wichtige offene Bargeldhandhabung wegfällt und das geschlossene System den direkten Zugriff verhindert. Wir können jetzt tatsächlich 24 Stunden den Shop geöffnet lassen, ohne die Mitarbeiter zu gefährden. Und der Transport des Geldes zur Bank durch den professionellen Geldtransporteur vermindert das Risiko für den Stationär. Für Shell gibt sich dadurch auch noch die Möglichkeit, in einer Kooperation mit einer Bank letztlich dem Kunden ein weiteres Convenience-Angebot zu machen, nämlich dass er auch an der Tankstelle nicht nur Kraftstoffe tanken kann, sondern auch Geld tanken kann. Also für mich ist der Vorteil des Heilspartners. Also wir beim Schichtwechsel und Tagesabschluss sparen wir erhebliche Zeit. Also täglich kann man sagen, Stunden bis 1 mal 5 Stunden können wir Zeit sparen. Ich finde das Bezahlsystem hier total klasse. Wir sind gerade in der abschließenden Phase der gesamtwirtschaftlichen Beurteilung und planen dieses System an rund 1300 von uns direkt kontrollierten Tankstellen einzusetzen.